hallo und dabei herzlich willkommen zurück bei der neuen folge von heute spielen wir limitiertes duell das bedeutet wir spielen dass der spiel und sagt welche helden leute auswählen und ich nehme als erstes risa denn wenn man gesehen hat das spiel gibt uns vor welche helden wir zur auswahl haben und welche nicht und wir nehmen als erstes risa genji das war ein fehler ich muss gewinnen das ist eine der neuen karten hier nämlich die nekropole wozu englisch nekropolis der heimatort von anna zwei sie sich halten können und er sich darauf gelandet cool naja das extrem gut sie sich auf den kampf genau gut da kommen wir haben so als nächstes ich wir haben hier es wird spaßig werden ja er hat es hat 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 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 14 14 15 15 15 15 Oh, das wird jetzt heftig. Oh, jetzt wird die einfach untergefallen. Ah, verdammt. Okay. Sombra. Okay, jetzt müssen wir das Ding schaukeln. Toll. Jetzt haben wir Sombra. Na, super. Das könnte später nützlich sein. Evoelto. Wow. Oh. Das wird ein langes Tudel. Ich auch. Mein Gott, dieses Trampeln ist ja unüberhörbar. Ah, verdammt. Wurde noch ein bisschen länger und wir sind hier verletzt. Ah. Und Bestand? Eins zu drei. Damn you. Oh. Verhalten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Jetzt müsste ich aber gewinnen, weil ich habe Anna. Und Anna ist, ne? Naja. Lassen wir das. Oh. 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 Ernsthaft? Eins. Zu vier. Oh ja. Böse Idee. Wählen Sie Ihren Helden. Jetzt sind ich aber immer fairer. Ah. So. Ach. Na, das wird jetzt los. Also ich bin in der Luft. Sie nicht. Okay. Unterdrückungsfeuer. Ah, Mann. Warum kann der so gut zielen? Ah, Mann. Warum kann der so gut zielen? Ah. Zurück. Noch 30 Sekunden. Wir haben fast keine Zeit mehr. Falte durch und wir gewinnen. Wo schießt der verdammt? Boah. Alter Falter. Das war extrem knapp. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Das war wirklich sehr knapp. Ich weiß, ich werde jetzt verlieren, aber... Pff. Shit happens. Das ist für mich nur ein Spaß-Mode. Aber natürlich ärgert das ein, wenn man nicht gewinnt oder verliert. Äh. Nicht gewinnt, meine ich. Ich bin sehr freischt. Ich bin ganz wichtig. Oh, mein Gott. Warum müssen wir die gleichen Map? Oh, alter Alter, ich hab sie im Tuskel Ich hab sie echt getroffen? In der Luft? Oh mein Gott Wie krass ist das denn? Ich hab sie echt in der Luft getroffen Wow Das Training mit dem Mekka scheint sich bezahlt zu machen Nein, das geht's nicht Oh mein Gott Ich hab hier ein bisschen abgesprochen Schade Aber ich hab das Highlight Das war schön Das hat mir sehr gut gefallen Gut, machen wir noch eins Ich hab gerade Bock dazu Nochmal limitiertes Duell Machen wir noch eine Folge Äh, noch Ich hab noch ein Spiel, meine ich Oh Gott, ich bin total aufgeregt Oh Gott, ich bin total aufgeregt Oh Gott, ich bin total aufgeregt Ein Schuss Ein Schuss Ein Treffer Oh Gott, ich bin total aufgeregt Oh Gott, ich bin total aufgeregt Oh Gott, ich bin total aufgeregt Nichts Oh Gott, ich bin total aufgeregt Ich bin total aufgeregt Okay, ich bin total aufgeregt Das ist übrigens Sombra´s zu Hause hier. Du musst vorsichtig in den Armen gehen. Spiele entscheidendes Ziel. Verdammt. Ich wollte sie überraschen, aber das ging nicht. Okay. Tracer. Vielleicht können wir uns ja einfach durchsuppen. Oh, nein. Okay, das ist ja natürlich klingelt. Ich ignoriere das jetzt einfach mal gekonnt. Das nervt mich. Wow, das war extrem gut. Punktestand. Das war extrem geil. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. So. Nehmen wir Anna. Ja. Puh. Oh. Hört los jetzt auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Ku coordinator. Puh. Hört los jetzt auf, für eure ESEN. Hört los jetzt auf. Hört los jetzt. Der Gewicht hat sich auf, für eure E-E-E-E-E-E. Hört los jetzt auf. Oh. Hier ist noch Multiple Stay-E-E-E. -Hört los jetzt auf. Video zuerst die Frage. Hört los. Oh nein, ernsthaft, ich hatte ihn fast. Alter, so nah dran. Das war so ein hartes Match. Also nicht hart, aber es war so nah dran, war ich. So nah. Also nicht feia, ey, Mann. So nah dran, war ich. 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 Der bleibt ja so lange, bis er... spiel entscheidendes mein gott gerade so spannend noch mal ich habe so nah dran jetzt hast du ein ultimate aufgeladen bekommen also ich gewinne spiel super punkte stand ich habe es perfekt zu drei cool ich bin der chatte nicht da und eingeblendet werden wird wenn wer weiß hier genau bei der cena zu kämpfen hier hier Was ist das? Boah, das war knapp. Das war wirklich knapp. Alter. Probieren wir mal was explosiveres. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Junkrat versus Junkrat. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Ich hoffe, ich habe genauso viel Glück wie er gerade. Oh, bitte lass mich gewinnen. Ich muss siegen für meine Familie. Oh. Whoa. Das ist dein größter Feind! Schau dir mit den Augen! Deine Feine treffen immer ihr Ziel! Verdammt! Scheiße! Ich hab die Fass gehabt! Bereiten Sie sich auf den Kampfpunkt! Wählen Sie Ihren Helden! Doch, ich nehm sie mal Farrah! So! Ich luchze die Unten! Matchpunkt! Unterdrückungsfeuer! Woa! Woa! Scheiße. Ich hätte sie vielleicht auf ihrem R spülen sollen. Das war ein gutes Mötz, ich habe mir Spaß gemacht. Perfekt, perfekt. Ich habe zweimal perfekt bekommen, alter Falter. Ohne dabei verletzt zu werden. Das ist echt Hammer. Perfekt. Hat auch perfekt hingelegt. Nur gar zweimal. Nicht schlecht. Ja. Mal gucken, ob ich noch ein Highlight davon bekomme. Dann setze ich das hinten dran. Einfach weil... Moment. Habe ich eins mit JunkBit? Nein, habe ich aber jetzt mit World Talk in der Nekropole. Aber das haben wir schon angesetzt. Das hatten wir ja schon. Gut, dann würde ich sagen, bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao. 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 Ciao.